In den USA hört man nicht auf einen elektrischen Stuhl. Er hat nicht nur in der Nähe, er hat nicht nur in der Nähe, er hat nicht nur in der Nähe. Das ist, was er hat. Mich würde das schon interessieren, mehr zu erfahren. Die einzige Verpflichtung ist, was du dir selbst geben. Filmpremiere hinter Gittern. Gestern Abend in der JVA Weiterstadt. Verurteilte Mörder und Schwerverbrecher sehen den Dokumentarfilm Beyond Punishment. Ähnlich wie bei ihnen geht es auf der Leinwand um Mordfälle, um die Schuld der Täter, das Leid der Hinterbliebenen. Und die Frage, hilft es, wenn sich Täter und Opfer begegnen? Ein Thema, das auch hier bewegt. Ich bin jetzt sechs Jahre fast auf den Tag genau eingesperrt. Und trage mich ungefähr zwei Jahre mit dem Gedanken, du musst jetzt was machen, du musst jetzt was machen. Es ist sehr wichtig, über diese Sachen zu reden, was einen beschäftigen, weil wenn man etwas in sich reinfrisst, geht man kaputt innerlich. Beyond Punishment zeigt drei bewegende Geschichten. Das frühere RAF-Mitglied Manfred. Er hat im Auftrag der Terrorgruppe gemordet. Und Patrick, Sohn von Gero von Braunmühl. Sein Vater wurde 1986 von der RAF umgebracht. Wer die Täter waren, ist bis heute ungeklärt. Dieser Schrecken und die Tage danach, was da alles passiert ist. Das ist ein traumatisches Erlebnis, was sich eingräbt. Oder Stiva aus Norwegen, der seine 16-jährige Freundin aus Eifersucht ermordet hat. Und Erik, der Vater des toten Mädchens. Er trauert bis heute, hat Angst vor einer Begegnung mit dem Mörder. Können sich Täter und Opfer jemals aussöhnen? Eine Frage, die den Filmemacher Hubertus Siegert antreibt. Über einen Zeitraum von acht Jahren hat er die Beteiligten der drei Mordfälle einfühlsam beobachtet und interviewt. Eine Annäherung sei nicht unmöglich, sagt er. Dass der Prozess der Auseinandersetzung, der entlastenden Auseinandersetzung zwischen Tatverantwortlichen und Betroffenen ein Prozess ist, der in ganz kleinen Schritten geht, der viel Zeit braucht und der trotzdem ganz ergebnisreich ist. Die Vorlage für den Film, ein Gefängnisprojekt aus den USA. Zweimal im Jahr treffen sich hier Täter und Verbrechensopfer. Den Tod ihrer Liebsten könne natürlich nichts wiedergutmachen, heißt es im Film. Aber es sei ein Versuch, das Geschehene zu verarbeiten. Das hält auch der Gefängnispfarrer für wichtig. Dass es sinnvoll ist, sich darüber auseinander, sich mit Opfern auseinanderzusetzen, das glaube ich schon. Und dass auch die Gefangenen wissen, dass das, man kann das nie verallgemeinern, aber dass Gefangene das tun, da bin ich sehr sicher. Beyond Punishment. Ab morgen läuft der Dokumentarfilm in den Kinos.